Die Leute, die euch sagen, derjenige, der zum Gericht geht, ist direkt Kalfel, ist ein Ahnungsloser. Ahnus-Sunda wal Jama'a treffen in vielen Sachen nicht einfach so eine Entscheidung, sondern wir erklären immer alles, was detailliert. Detailliert bedeutet, dass es davon abhängt, mit welcher Absicht man eine Sache macht. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Person erwählt, zum Beispiel erwählt eine Partei. Und seine Absicht ist, diese Partei hat die richtigen Gesetze. Und diese Partei sind diejenigen, die wirklich einzig und alleine die Gesetze machen dürfen. Was ist hier seine Absicht? Kuf. Richtig? Aber eine Person wählt jetzt, weil er denkt, dass diese Partei einen Nutzen für die Muslime bringen kann. Und er möchte diesen Islam weiter aufrechterhalten. Was ist jetzt sein Urteil? Auch Kalfel? Ha? Dieser hat sogar Eifersucht für seine Religion. Warum hat er diese Partei geweht? Ha? Für seine Geschwister. Weil sie ein Übel wegnimmt in dieser Gesellschaft. Und an diesem Tag werden sich die Gläubigen freuen. Über was ging es hier? Um den Sieg der? Der Römer. Der Römer über die? Über die Perser. Frage. Römer und Perser. Was sind sie? Muslim? Beide Kuffar. Aber die Römer waren was? Ahl-Ukitar. Das heißt, sie standen näher zu unserer Religion. Ich habe eine Frage. Warum freuen sich die Gläubigen über Kuffar? Waren die Sahaba Kuffar? Weil sie sich gefreut haben für Kuffar? Und das ist das Problem, was du heute hast. Bei Leuten, die nichts verstanden haben. Die Sahaba haben sich gefreut. Die Sahaba haben sich gefreut, weil diese Leute noch eine Religion besitzen. Die sind uns näher als die Perser, die was anbeten? Das Feuer. Warum sagt Allah, Herr Sallallahu Alaihi Wasallam, und an diesem Tag freuen sich die Gläubigen? Deswegen. Und weil hier das Versprechen Allah, Herr Sallallahu Alaihi Wasallam, wahr geworden ist. Und weil der Prophet, Herr Sallallahu Alaihi Wasallam, die Wahrheit verkündet hat. Deswegen freuen sich die Gläubigen. Und wenn du das nicht erwähnen würdest, und du würdest so ein Beispiel an diese irregegangene Gruppe machen, die würden sie vom Islam ausschließen, wenn sie nicht wüssten, dass das die Sahaba sind. Deswegen unterscheidet, liebe Geschwister. Wir haben einen klaren Unterschied zwischen Deiner Absicht spielt in gewaltigen Sachen eine Rolle. Du trinkst Alkohol. Und ein anderer trinkt Alkohol. Der eine ist Kaffel, der andere nicht. wie einer trinkt es, und er denkt, dass es erlaubt. Der andere trinkt es, und er weiß, er macht eine Sünde. Weil, sind die beiden gleich? Wie kriegen wir raus, wer der Kaffel ist? Wie kriegen wir das raus? Wie kriegen wir das raus, wenn wir die beiden so sehen? Gar nicht. Ist klar oder nicht klar? Deswegen, warum haben wir Iqamat al-Hujjah? Das heißt, die Belehrung von einer Person, bevor man ihn vom Islam ausschließt, damit man auch weiß, was er gemacht hat. Wusste er über diese Sachen Bescheid? Weil manche Leute, in der Zeit von Sahabat al-A'anum, gab es manche, die haben Alkohol verwendet. Die waren in der Schlacht von Badr dabei. Omar ibn Khattab in seiner Zeit. Er hat sie dann gefeinscht. Sie haben eine R ja falsch interpretiert. Eine R ja falsch interpretiert. Und Omar hat sie nicht vom Islam ausgeschlossen. Deswegen, wie ich es sage, hier sind Absichten eine große Sache. Wir können nicht eine Person verurteilen, bis wir erfahren haben, was ist seine Absicht. Mafum Achilkanin und mit dem Gericht auch, Mafum. Das heißt, die Gesetze sind hier drei. Es gibt drei Arten von Gesetzen. Es gibt Gesetze, die stimmen mit unseren Gesetzen überein. Dann gibt es Gesetze, die sind gegen unser Gesetz. Und dann gibt es Gesetze, dass, egal, wie zum Beispiel über Grün laufen auf die Straße. Aber da musst du auch aufpassen, dass du nicht dem Tarot folgst. Wenn du bei dem Brot stehen bleibst, dann musst du aufpassen, weil Tarot ist groß. Was hat Verkehrsrecht mit Sharia zu tun? Frage. Was hat Verkehrsrecht mit Sharia zu tun? Gar nichts. Das heißt, diese Gesetze tangieren gar nicht die Sharia. Und dann gibt es Gesetze. Zum Beispiel, ist Klauen bei uns verboten? Und auch hier im Land verboten? Nein, das geht überein. Wir haben Gesetze und sie haben Gesetze. Kein Problem. Hier unterlassen wir das nicht, weil wir Angst haben vor einem Gericht zu empfehlen. Sondern wir unterlassen das Klauen, weil wir Angst haben vor wem? Vor Allah Azza wa Jalla. Das ist die Sache. Und deswegen siehst du, dass die Muslime sich sehr gut benehmen. Und Alhamdulillah Rabbil Alameen. Das war jüngonisch gemeint. Weil sie auch Allah Azza wa Jalla fürchten. Nicht irgendjemand anderen. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Tapia. Ciao. Jakkody. Vielen Dank.